Nein, das darf doch nicht sein. Ich hätte fast gewonnen, die ersten zwei Menschen von der europäischen Weltraum auf den Mond zu bringen. Ich habe alle meine Taschen schon fertig. Läuft. Oh Gott, 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 ich möchte auf jeden Fall überpöglich ankommen. Schalten das erste Triebwerk ein? Schalten das zweite Triebwerk ein? Brems! Ah, nee, ich muss vorne nicht bremsen, ups.